Was machst du, Ben? Ich entspanne einfach ein bisschen und schaue fern. Was schaust du? Ich schaue eine Serie. Worum geht es in der Serie? Es geht um eine Frau, die ihre Familie bei einem Unfall verloren hat. Es geht um eine Frau, die ihre Familie bei einem Unfall verloren hat. Du schaust immer so traurige Sachen. Warum hast du gleichzeitig dein Handy in der Hand? Ich lese nebenher ein bisschen die Nachrichten. Ich möchte nicht verpassen, was es in der Welt Neues gibt. Ich möchte nicht verpassen, was es in der Welt Neues gibt. Was passiert denn gerade in der Welt? Naja, die Politiker treffen so viele Entscheidungen, die so schlecht für die Gesellschaft sind. Anscheinend suchen sie nur ihre eigenen Vorteile. Ben, ich glaube, dir geht es nicht so gut. Du siehst wirklich erschöpft und müde aus. Ich bin nicht müde. Ich bin einfach enttäuscht über diese Politiker. Das kann ich verstehen. Hast du Lust, mit mir darüber zu reden? Ich kann uns einen Tee machen. Nein, danke. Ich möchte die Serie bis zu Ende schauen. Dann gehe ich schlafen. Ich mache mir echt Sorgen, Ben. Seit vielen Tagen sehe ich, dass du dich ständig mit Fernsehen und deinem Handy ablenkst. Bitte lass mich in Ruhe, Lisa. Was du sagst, stimmt nicht. Vielleicht belastet dich deine Trennung von Luisa immer noch. Irgendwie bist du sehr skeptisch und auch ein bisschen negativ geworden. Irgendwie bist du sehr skeptisch und auch ein bisschen negativ geworden. Das stimmt nicht. Ich habe selbst die Beziehung mit Luisa beendet. Ben, ich weiß alles. Luisa ist meine beste Freundin. Die Beziehung ist auseinandergegangen, weil du nicht verantwortungsvoll mit der Beziehung umgegangen bist. Sei bitte ehrlich zu dir selbst. Ich kann nicht ohne sie leben. Mein Leben ist zerstört. Vielleicht hast du noch eine Chance, eure Beziehung zu retten. So wie es jetzt ist, schaffst du es allerdings nicht. Schau zum Beispiel mal deine Umgebung an. Zuerst solltest du dich um dieses Chaos kümmern. Das ist nur ein bisschen Unordnung. Hilfst du mir, Lisa? Natürlich. Ich muss dir etwas sagen. Luisa hat mich gefragt, ob ich dir helfen kann. Sie will dir eine zweite Chance geben, wenn du bereit bist, dein Leben zu ändern. Sie will dir eine zweite Chance geben, wenn du bereit bist, dein Leben zu ändern. Wirklich? Das stimmt nicht, oder? Ich dachte, sie ist schon in einer neuen Beziehung. Nein, sie ist nicht in einer neuen Beziehung. Sie mag dich noch. Okay, womit sollen wir jetzt beginnen? Ich denke, zuerst sollten wir deine Wohnung in Ordnung bringen. Okay. Ben, was ist das? Rauchst du Gras? Ähm, nein. Tim hat es mir gegeben. Aber ich habe es nicht geraucht. Glaub mir. Wenn das Luisa wüsste. Lisa, bitte sag ihr nichts davon. Sonst gibt sie mir vielleicht keine zweite Chance mehr. Sonst gibt sie mir vielleicht keine zweite Chance mehr. Okay. Ich sage es ihr nicht. Aber nur unter einer Bedingung. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn du mir die ganze Packung Gras gibst. Hä? Muss ich dich jetzt bestechen, damit du mir hilfst? Du kannst das so nennen, wie du willst. Du bist merkwürdig, Lisa. Seit wann rauchst du Gras? Ich rauche nicht. Ich will nur, dass du keine Dummheiten machst. Hey Luisa, hast du heute Abend Zeit? Kann ich zu dir kommen? Ich habe heute noch nichts vor. Ich habe uns übrigens für heute Abend was besorgt. Ich habe uns übrigens für heute Abend was besorgt. Was hast du besorgt? Das ist eine Überraschung. Ich komme dann 20 Uhr bei dir vorbei. Ha 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 ha. Das ist eine Überraschung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.